Bevor wir zum Backup-Kalender kommen, erstmal Mario. Früh am Morgen kommt die 15 dran. Finger rein, aufmachen, abziehen, wegschmeißen. Ich habe zum ersten Mal nicht abreißen, sondern abziehen gesagt, oder? Fühlt sich irgendwie komisch an. Schokolade haben wir. Uh, einen kleinen Zug. Den legen wir natürlich erstmal zur Seite. Und wir machen direkt gleich weiter mit dem nächsten Kalender. Deswegen guckt auch ruhig das nächste Video. Vergesst eure Türchen nicht. Und ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis morgen oder bis gleich. Tschö.